Er ist der King of Pop. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael was the greatest. Und das hat er sich unter anderem mit dem meistverkauften Musikalbum der Welt, 400 Millionen verkauften CDs und den meisten Nummer 1 Singles in den amerikanischen Charts verdient. Michael Jackson gilt als der erfolgreichste Musiker der Welt. Vor 50 Jahren wird Michael Joseph Jackson als siebtes von neun Kindern geboren. Die Geschwister wachsen in ärmlichen Verhältnissen auf und trotz ständiger Geldsorgen verfolgt Vater Joseph ehrgeizig ein Ziel. Aus seinen Kindern sollen erfolgreiche Musiker werden. Michael und seine Brüder werden als Jackson Five zu einer der erfolgreichsten Soulgruppen der 70er Jahre. Das ist wirklich beeindruckend. Wie kann ein kleiner Junge schon so viel Soul in seiner Stimme haben? Michael wird zum Star der Gruppe und gerät mehr und mehr in die Öffentlichkeit. Er fängt an, Solomusik zu machen und veröffentlicht 1982 das Album Thriller. Die Scheibe wird zum meistverkauften Album aller Zeiten. In den folgenden Jahren landet Jackson einen Hit nach dem anderen, bricht Verkaufsrekorde und wird zum Vorbild für viele andere Musiker. Michael Jackson ist der King. Seine Energie reißt einen mit. Er hat viele Leute beeinflusst. Er hat mich als Künstler maßgeblich geprägt. Niemand wird je wieder so viele Platten verkaufen. Es wird niemals wieder einen Künstler wie Michael Jackson geben. Er ist der ultimative King. Ich hoffe, dass ich irgendwann einmal etwas so Großes erreichen kann. Doch hinter der Fassade des erfolgreichen Megastars sieht es anders aus. Ich liebe die Bühne. Ich würde sogar dort schlafen. Aber dort sind sie doch nicht der reale Mensch Michael Jackson. Michael kommt in der realen Welt nicht mehr klar. Sein Privatleben ist ein einziges Chaos von neuen Schönheits-OPs und Missbrauchsvorwürfen. Es gab in letzter Zeit viele ekelhafte Behauptungen bezüglich der Anschuldigungen, ich hätte mich unsittlich verhalten. Diese Behauptungen über mich sind total falsch. Aber nicht nur privat läuft für Michael nicht alles glatt. 2001 veröffentlicht er sein letztes Studioalbum Invincible. Der große Erfolg bleibt jedoch aus und Michael zieht sich daraufhin immer mehr zurück. Ich war damals sehr allein und schmerzhafte Gedanken überkamen mich. Doch das Interesse an seiner Person reißt nicht ab. Und immer wieder gibt es neue Skandale und Gerüchte über ein mögliches Comeback. Im Frühjahr diesen Jahres war es soweit und Michael meldete sich musikalisch zurück. Mit einer Jubiläumsausgabe seines Erfolgsalbums Thriller. Doch trotz hochkarätiger Unterstützung von Kanye West, Aiken und Fergie kann Michael nicht an alte Erfolge anknüpfen. Alle Single-Auskopplungen floppen. Zuletzt schafft er es nur noch mit Gerüchten um eine weitere Nasen-OP oder mit Bildern, die einen abgemagerten Jackson im Rollstuhl zeigen, in die Schlagzeilen. Trotz allem ist und bleibt Michael Jackson einer der wenigen großen Megastars unserer Zeit und ist eine lebende Legende. Zu seinem 50. Geburtstag bleibt ihm nur zu wünschen, dass er trotz aller Tiefschläge weitermacht und irgendwann zu sich selbst finden wird. I love you. Thank you very much.